Ein herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Sakuna of Rise and Ruin Ich habe eben auch, weil ich war eben im Menü und habe gemerkt, oh, ich habe hier was freigeschaltet Und zwar habe ich die mit Y, da kann man ja die Sachen freischalten, dafür muss die ein paar Gegner besiegen Habe ich aber im letzten Part schon getan, dementsprechend habe ich den nächsten Pass, die Abbildung vom Akkurs aktiviert Und zwar haben, was ich hier vielleicht lesen tut, ähm, verwandelt diese, diese, dieser Zauber, sage ich mal Unsere Waffenattribut in Magic, sodass wir halt mit Magic angreifen Was das für eine genaue Auswirkung hat, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben wir noch im, 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 auf der Weltkarte ein Gebiet, wo wir, ähm, wie soll ich beschreiben Wo wir ja Gegner mit Magie besiegen sollen, ich weiß es nicht, ähm, war das hier? Ja genau, 30, besiege 30 Gegner mit, mit, mit Magie Ich werde mal kurz mal antesten, ich werde jetzt mal einen Gegner so mal, mal leicht anhauen Und dann gucken wir mal, ob es, ähm, zählt So Oh Gott, bitte Einfach, das war, das sollte mal kurz reichen Eins Hä Ein Warum wir versuchen, Speedruns machen, einmal 120 Sekunden so schnell wie möglich durch Ohne zu struggeln So Okay, das war's Nochmal raus Und nochmal rein Ich will ja zumindest im ersten Versuch direkt hochkommen Das, das ist, ähm Das ist eine Challenge, das ist schon eine Challenge Ich muss es nicht unbedingt schaffen Aber ich würde halt schon gerne das machen Ich weiß gar nicht, ob es nötig ist Ich weiß nicht immer, ob es nötig ist Aber es ist immerhin eine, eine kleine Abkürzung, ne Muss ich nicht unten lang Glaube ich, dass das eine Abkürzung ist Ich weiß es nicht Ah Ne, komm Ich mach, ich geh jetzt einfach gleich unten lang Das hat ja so keinen Sinn Ich find's halt ein bisschen doof, wenn, wenn die liegen in Ladezeiten Ups, wollte ich nicht So, schnell durch Wir müssen hoch, wir müssen auf jeden Fall hoch Verdammt Haut ab So Komm, komm Wo ist das andere? So, schnell, schnell, schnell Schnell, dass ich nicht schneller laufen kann Ich hab leider keinen Timer hier Ach, hier muss ich auch schon wieder warten Bitte So Nein So Das hier hat Ich würde, ich würde schon gerne irgendwie schneller laufen können Hier geht's nicht lang Ich hab schon ja komplett vergessen, wo es lang geht Ja, okay Und, und Nein Ich, ich muss die besiegen Oh, please Komm, hier ist eine Fisch Lass mich schnell durch Lass mich durch Lass mich durch Ich hab keine Zeit zu verlieren Hä? Habe ich es nicht geschafft? Wieso ist das hier in 3D? Musste ich hier gar nicht hin? Äh 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 Ich war wahrscheinlich nicht schnell genug, ne? 2 Minuten hab ich Zeit Okay, nochmal Nochmal 2 Minuten hab ich Zeit Dann denke ich, muss ich da hoch, ne? Oh Gott, please Lass mich doch direkt da hoch Ich mach die Party ja ein bisschen länger heute Das kann ja was werden Ich weiß gar nicht, wie ich mich richtig hinstellen soll Ach, das hat so keinen Sinn Ich, ich kann da nicht Ich, ich kann da nicht, ich komm da nicht so schnell hoch Ich muss da unten lang Okay 2 Minuten Zeit hab ich, um Gott, wie soll ich das denn schaffen? Das ist halt so Na komm, 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 komm Keine Zeit verlieren Wasserbubble So So Schnell, 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 schnell Hier rüber Und darüber Anschluss Äh Zeit Runter fallen Runter fallen Runter fallen Nach links Runter fallen Nein Noch weiter nach links Oh, bitte Ich schnarche hier schon Und dann alle besiegen Na komm Steh auf Umdrehen Sakuna Hallo Also ich lass mich halt Vergeben Shit treffen Komm Und ich hab's trotzdem Ich hab's geschafft Sehr schön Ich hab schon gedacht Ich krieg hier gar nichts mehr hin Okay Jetzt müssen wir nur noch 30 Gegner besiegen Irgendwie Aber das brauche ich jetzt nicht Was haben wir hier noch? Ja, Waterbone Keine Ahnung Hier haben wir auch noch was Müssen wir noch was clearn Aber wir haben Wir waren hier doch schon drinnen Bubbling Sandbar Oder waren wir da noch nicht drinnen? Eigentlich war ich Bin ja mein, dass wir da drinnen waren Ich weiß jetzt nicht Ja Doch, oder? Ne, waren wir gar nicht drinnen Hier waren wir noch gar Auf jeden Fall ist hier links was Ich will ja gleich da gehen Auf jeden Fall gleich Sofort abchecken Ah Gott, nein Oh natürlich kann auch noch Schildkröten Oh bitte Die dummen Fische Weg mit dir Okay, hier können wir uns noch durchkämpfen Ne, hier waren wir noch gar nicht So, weg mit dir Was haben wir hier links? Nein, da war schon wieder was Oh, wie gemein sind denn diese hinterhältigen Tricks Au Geh sterben Oh, das ist die Hunde hier gemein Ja komm, geht da mit alle drauf Das ist ja völkerlich So So Danke Geh sterben Oder auch nicht Au Okay Okay Ja Ja Ich finde diese Game Game ja richtig Toll und so Aber Müssen die sein Ich gehe jetzt Ich gehe jetzt auch hier hoch Also gucken was hier ist Oh bitte Bitte Bleib doch hier unten Es gibt für mich nichts schlimmeres als Warterei Das ist das zu Es auch wieder links was Vitalität Bruder Das kam Geh hoch Okay Murasaki gut Brauchen wir Kriegen ein bisschen Jade und Iron Es wird schon wieder dunkel Ich muss hier echt schneller durch Ne Ah, hoi Au Ich muss hier echt schneller durch Ja Jetzt sind wir hier wieder am Anfang Hä Ist alles ein bisschen schwierig Ne Ein bisschen schwierig Wie wir das am besten machen Weil Ja Ich habe keine Ahnung Mann Ich habe das Gefühl Ich bin hoffnungslos Ist Wasser drinne Nein Das verteilen wir erstmal Lass uns aber volllaufen Das Zeug Das Wasser Wir müssen jetzt mal was essen Sonst haben wir ja nichts mehr zu regenerieren Gleich Hallo Hallo Mürte Ja, ja Wir sind fisch Nein, äh Eat something Ah Wir haben gar nichts zu essen Ja Egal Gut Appetit Gut Appetit Ja 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 So Jetzt können wir es Eigentlich langsam trocknen Ich würde gerne mal gucken Ich weiß Deswegen bin ich gerade auch so in Eile Weil es halt da links die ganze Zeit steht Ich würde gerne trainen für Trockenheit Cooles Artblock So Da gehen wir schnell mal nachgucken Ob hier Ich glaube wir haben jetzt genug Ich glaube wir haben jetzt genug Eisen oder Jade Um was herzustellen Oder? Oder? Ich habe auch viel Murasaki-Root gesammelt Das braucht mir auch für irgendwas Bin ich der Meinung Wollen wir mal was machen? Okay Dann zählt noch nur Moonlit Stone Und High Quality Oak Und doch noch ein Eisen War nicht bei Yui noch irgendwas Was wir brauchen Wir brauchen Bei Yui brauchen wir Murasaki-Root Ähm Einfach mal nachgucken Hallo Yui Ähm Bist du zufällig da? Ich hoffe du bist da Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du da? Hey Ja Murasaki-Root haben auf jeden Fall Indigo-Scale brauchen wir Das haben wir ja schon Ja super Drei davon Na gut Wir bleiben ja Wir müssen uns auf den Weg machen Ähm Myrte Du gehst mal hier bitte Irgendwo Hier am Strand sammeln Sehr schön Wir müssen hier auf jeden Fall Gegner besiegen Ich weiß auch nicht wo Ja wir besiegen einfach alle Gegner einmal Und da kommen wir uns genießen Alone Es ist ja Werner Ja 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 Bist du nicht in den Augen Worum tut ich leest mein Energie nicht auf? Oh, bitte. Mein Gott, wie lange die Schildkröten denn bitte aus? Oh, komm doch. Das geht dir da rein, ich glaube es nicht. Äh. Danke. Ich dachte schon, du stirbst halt nie. Ich krieg halt von allem einen mit. Hi. Oh ja, hier haben wir irgendwo Wasser, ne? Äh. So, komm. Was haben wir hier? Hier haben wir noch irgendwas. Mal ein bisschen ja, wenn man genug mitnimmt. Oh Gott. Ich dachte schon, komm wie wieder. Hier war nix, ne? Hup. Ach, hier diese Fische. Wie ich sie liebe. Och, warum? Ist ja schön und gut, was ihr da alles abzieht, ne? Äh. Äh. Ich denke mal, ich muss, muss ich euch besiegen. Ich weiß es nicht. Gott, diese Muschel. Alter, ist das euer Ernst hier? Alter, warum sind diese, ist diese Schildkröte so anstrengend? Meine Güte. Oh, endlich mal wieder durch die Gegner bashen. Oh, ich hasse diese Bomben. Ich hoffe, es kommt nicht nur mal eine Schildkröte. Oh, es regnet. Guck mal, wie schön das aussieht, wenn es regnet hier. War es das? Aber das zählt anscheinend nicht, das war nicht das Gebiet, was wir klären müssen. Äh. Hier waren wir schon. Äh. 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 Komm, geh, sterben. Okay, fällt einfach mal runter. Äh. Boah. Das war cool. Jetzt haben wir das Gebiet hier ganz unten gemeint. Kann diese Wasser, dieser Ball auf, Ball, ne. Einfach weggehen, danke. Was haben wir hier? So. Gehen, sterben. Gehen, sterben. Äh. Muss das sein? Nein. Und auch noch. Ich komm. Äh. Da unten also muss ich wahrscheinlich hin. Ich hab aber kein nix zum Regenerieren. Das ist halt so furchtbar. Äh. Ich weiß, ich bin ziemlich oft am Säufzen. Was soll ich machen? Momentan ist das alles, ist der Fortschritt halt wirklich sehr, 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 sehr langsam. Für mich. Mein Geschmack hat tatsächlich sogar ein bisschen zu langsam. Ja, ich, ich, ich werde, ich kriege in der Regel gerade eh nix. Das ist das Ding. Demo sieht's auf dem Weg zurück. Sag ich doch. Und jetzt sei es mir gebracht und nix. Ja. Ich würde mich gerne von hier aus ganz nach oben teleportieren, ne. Oh, die Zeit ist halt auch schon da rum. Und ich bring das Projekt halt schon täglich. Ich hab ja irgendwie das Gefühl, als wenn ich hier keinen Fortschritt mache. Was ist, kann ich das ernten schon? Ja gut, was soll's, ne. Komm. So, einfach mal schnell alles wegmachen. Ich muss mir, ich muss stärker werden. Ich muss stärker werden, auf jeden Fall. Habe ich nicht bei Hamburg, bei der Göttin gebetet, dass ich gerne Trockenheit hätte? Eigentlich schon, ne. Eigentlich ja. Na ja, kann man ja gar nicht alles haben. Meine Güte, hier kommt echt einige zusammen. Brauche ich auch was zu essen eigentlich, deswegen ist es ganz gut, dass wir... Ich hätte jetzt, auch wenn ich Skills nice finde, ich hätte gerne einfach ein größeres Radius. Das hätte ich sehr gerne. Ja, dann sammeln wir es auf. So. Und schon alles vergammelt, was wir eingesammelt haben, ne. Es ist super. Hallo? Nur weil wir ein bisschen... Als ob das Fleisch so schnell vergammeln tut. Reicht das überhaupt? Ach so, das sind zwei... Ach, ach so. Natürlich. Gar nicht, gar nicht mehr. Ich dachte, das wäre pro Ding, ist nur einer. So. Einmal auch fertig. Sieht doch schon nicht schlecht aus. Mhm. What? Never. Hä? Okay, wir haben einen neuen Auftrag. Was müssen wir... Was müssen wir... Kinder geben? Fünf Holz und ein High-Quality... Oh, komm, das machen wir jetzt noch, ne. Komm, machen wir noch. Könnte das doch hoffentlich sein, wie wir in der Spiegel. Bist du denn da? Wir haben jetzt gerade im Herbst, das ist doch ganz gut. Hey. Okay. Der Handtrescher. Good grief. Idiot. Commendable work. Okay, wir haben jetzt den Handtrescher hier. Ich weiß nicht, wie das nachher funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ab vielfach muss das hier noch ein bisschen trocknen. Das ist ja wohl klar, ne. Nee, 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 nee. Alles gut, alles gut. Wir müssen noch was essen. Das machen wir. Komm, wir machen. Wir gehen apart ein bisschen länger heute. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich hier nie was erreiche. Ich weiß auch nicht. Ähm... Ich mache was? Alles ein bisschen... Ding. Ja, da ist halt nichts. Da lohnt sich das Essen ja nicht mal. Ja, Leute, machen wir für heute Schluss. Ich bedanke bei euch fürs Zusehen. Und... Lasst gerne... Auch wenn wir nicht so wirklich viel erreichen. Ist immer ein bisschen schade. Aber lasst gerne trotzdem mal ein Like dafür da. Dass ich immer versuche, trotzdem zu liefern. Auch wenn das immer ein bisschen so... Ja, ja. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Das ist ein bisschen... Ja. Aber... Auch mal... Auch mal... Man muss... Ich muss lernen, es langsam angehen zu lassen. Ich hoffe... Ich hoffe, ihr verzeiht mir. So. Habe ich es nochmal gesagt. Und... Ja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Wenn es euch nicht alles zu langsam hier im Spiel vor und statten geht bei mir. Tschüss. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020